Gleich da unten gibt es eine Dino-Windvogel. Ich würde sagen, Überraschungsein muss ich sagen. Sag ich doch. Uiuiui. Was ist das? Ein Vogelkäfig. Ein Vogelkäfig. Oha. Oha. Essen. Theranodon. Oha. Egal fein. Tja. Oder runtergeschubst. Ich kann ihn nicht sehen. Schnapp, Schnapp, Fahrer ab. Zack. Oder oben ist das Ding. Oha. Welche Seite an? Keine Ahnung. Oha. So weiter nach links geht es auf jeden Fall nicht. Das muss von rechts aufhören. Hier muss, ja, keiner. Einmal lieber. Ja, ich segel gerade in den Tor. Ja, ich segel gerade in den Tor. Auf jeden Fall. Oha. Mit den Schützen haben wir nicht mehr, ne? Ähm. Ne. Ey. So einmal an der selben Stelle. Du kannst doch gar nicht runter. Ich seh nie, wo es anfängt. Oh, sei krank. Ich guck noch mal die Frau. Nein. Wie ich hause, dass die Schlucht des Todes. Ach, du hast die Frau. Ja. So. Jawohl. So mit Stand. Und zack. Oha. Das war krass. Skill, man. klick 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 so kaputt passt das gäbe müssen wir irgendwie machen Ich hab's schon ganz fest. Ein Lest! Oh! Geh weg! Jam Jam Jam! Und da muss man nach oben! Nee, 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 nee! Der Junge! Ist denn der Junge? Da ist der Junge! Nee, ist nicht der Junge, ist doch... Ist der Junge überhaupt nicht dran? Nee, der Junge ist doch... Lest... Stimme! Was sollen wir denn da jetzt machen? Nee, das kann ich sagen. Ja, warte, hier ist noch was! Wie ging denn das sein? Mann! Boah! Fühnchen? Die Frau! Au! Du musst jetzt einmal blumen... Nee, die haben wir doch noch gar nicht. Die haben wir doch nicht hier. Achso, das ist die andere, oder? Jupp. So! Na, nicht nach links gehen! Hä? Was? Nicht nach... äh, nicht nach rechts gehen. Wir müssen da irgendwie hoch. Aber wahrscheinlich geht das nur, wenn man das da gießt. Hier dann! Ja. Das kann natürlich nicht gut sein. Na, shit. Guck mal, man hat hier die Knochen rausgehen sehen. Siehste? Bei mir im Container, da dreht sich dieses... Stimmt. Dieses Ding. Ach man, dann können wir die DNA sehen. Ist ja... vorsichtig! Bei DNA, ich bin mir da immer nicht sicher. Also, im Endeffekt ist es ja dasselbe. Oder was gleiche. Jetzt pusten wir den mal weg. Hüpfen! Und nochmal! Und nochmal! Warte mal. Ich bin ja gar nicht drauf. Ja. Let's go! moment ich finde ein weg für sie das ist schon mal da oben es ist ein bisschen weit man weiß ja nie was so möglich ich kämpfe mich durch gewollte richtung das ist auch nicht beeindruckend ist alles zugewuchert da unten kann man das abschießen stecken in der Hände ich habe die Qualle noch aus dem ersten Teil das ist für dich ich behaupte ohne es wirklich zu wissen dass man wenn man ganz kleine Saurier hat dass man im freien Spiel hier reingehen kann und dann hätte man den Weg der Ruhr nachgehen können ich behaupte es aber ich weiß es nicht ich stelle hier einfach mal wilde Vermutungen auf haben wir den der kannst du jetzt fliegen was war das für ein Fehler Alter gut die Kamerasicht ist jetzt natürlich weniger unten äh weniger cool kann aber auch nur links und rechts steuern also jetzt hier die Mega Moves keine Ahnung die holst du dir sieh die 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 die sieh die sieh die sieh die 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 sieh die die Dinos, die auf den Dinos rein. Ich habe da schon richtig Bock auf Jurassic World. Ja, zu dem Zeitpunkt kann man ihn ja noch nicht gesehen. Aber wenn der nächste Teil ist, dann haben wir ihn gesehen, wenn ich mir auf jeden Fall nicht lebe. Deswegen ganz schön gesehen. Na, wie spiel ich. Ah, danke dir. Aber bis jetzt muss man ganz klar sagen, das Lego-Spiel ist absolut gelungen. Oh, ist das ein Anhalt? Nee. Der Spinner-Saurus. Okay, 1 gegen 1, das heißt also. Viel Spaß. So, ich bin... So, ich gehe mal zu dem, ne? Haben wir den hier? Nee, zu dem ist immer da nicht. Da gibt es zu dem. Oh, ich gehe mal zu der Schaufel. Ja. Hier. Oh, hier. Schaufel, Schaufel. Buddel, Buddel. Zeig mal. Soll ich packen. Soll ich den da jetzt nicht so gut machen? Oh, ich muss nur noch rückbauen. Brauchen wir erstmal was. Katapult. Die Zwille. So, was? Auf die Treibstoffpässer! Was ist das denn? Jawohl. Was ist das denn? Nein. Erstmal auf die Dinger hinten schütteln. Ich habe da nicht drauf geschossen. Ja, ich auch. Ich auch. Warte mal, wenn du das nicht warst... Dann warst du nicht. Ja, seine Aufmerksamkeit haben wir. Die sind zurückziehen wollen, die sind nicht weg. Der Fisch. Hier ist noch was, wenn ich... Sauber. Ach so. In deinen Kopf. In deinen Kopf. Leider dich. Jawohl. Jetzt gib ihm. Ich werde nochmal schießen. Gib ihm. Gib ihm. Boom. Zoffen. Jawohl. Da guckt er ganz schön grob außer Wäsche, ne? Das mag er nicht. Oh, was ist das? Das weiß ich noch nicht. Hier habe ich aber schon was. Ah. Ja. Ja, aber du kommst da ja nicht hin. Hobbit aber so ein... Ja, das ist wieder nur für... Fürs freie Spiel. Für die 100%. Ach so. So. Kranfahrer. Jetzt kommt die Atombombe. Machst du auch was? Und ich suche gerade, was ich machen soll. Das Ding da rausholen. Aus dem, äh, häuschen. Ja, gut, dass ich in die Kalt schritten habe. Kannst du auch steuern? Nö. Ich auch nicht. Jetzt. Zum Glück geht das auch so flott. Ja. Du, 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 du. Und der Dino warnt auch so gut. Ja, jetzt hat er es geschafft. Das ist ja super. Ja, super. Klack. Die Atombombe. Drei Fässer für Charlie. Ich finde meine Gesetze einen Saurier auch für's gegen Charlie. Ja, das ist jetzt Charlie. Charlie, alle Saurier kommen in den Himmel. Ja, weine. Ich krieg's auch ganz sachteil. Ja, ganz sachteil. Warte, warte. Vorsicht. Ja, jetzt gibt die. Jawoll. Nochmal. Verbände. Oh, wo ist der Kopf? Hilfe. Wie er wehelt. Ja, das ist der Hammer, man. Oh, der Dino kriegt auch. Krass. Ich geh doch überhaupt nicht weg. Ich hab einen Oberlippenbart. Guck mal, der Dino da. Sitz. Das ist die Oberhärte. Er trägt Oberlippenbär. Oha. Oha. Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Wörter. Wörter. Oh, die Säle hat noch keinen Platz. Ja. Ja. Wieder erneut einen Deal. Was kommt jetzt, ein Schwein? Das war cool. Ich weiß nicht, hat er getanzt, aber so gestanden. Nein, nein, nein. Rufen Sie um Hilfe. Das ist ein Hubschrauber. Das jetzt. Wir haben die Dinos vertrieben, indem wir mit dem Ding einen Hubschrauber gerufen haben. Eine sogenannte Zauberflöte. Das war's. Jurassic Park 3 ist erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Demnächst geht es dann mit dem aktuellen Lego Jurassic World Fighter. Und ja, wir freuen uns drauf. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.